Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner All Elite Fighter Fest Preview für die erste Nacht, die am Mittwochnacht stattfinden wird. Statt Dynamite strahlen die nämlich quasi so ein Pay-Per-View aus und da es so ein halber Pay-Per-View ist, können wir auch hier zumindest ein bisschen drüber reden. Deswegen gibt es ja einfach in einem One-Take dieses Video dazu. Wir haben auf der Match-Card Jungle Boy und Luchasaurus gegen MJF und Wardlow. Da gab es ja in der letzten Zeit einige Probleme mit den beiden Teams. MJF hatte ja sowieso schon mit Jungle Boy immer hier und da so ein paar Probleme. Und da die beiden ja nun mal größere Partner oder Manager haben, passt das natürlich, dass man die beiden dann in ein Tag-Team-Match steckt. Bin ich natürlich auch gespannt, weil Jurassic Express singt ja ein etabliertes Tag-Team. MJF hat sich ja Wardlow eigentlich bloß so als Manager dazu geholt. Deswegen bin ich mal hier gespannt, ob sie auch irgendwie Tag-Team-mäßig so ein bisschen was aufbauen wollen. Ob sie irgendwie ein paar Tag-Team-Move sein oder ob sie vielleicht wirklich dann mit einem Sieg gegebenenfalls auch Richtung Tag-Team-Titel wandern würden. Denn ein Wardlow ist ein ziemlich krasses Tier. Der könnte auf jeden Fall da gut mitmischen in der Tag-Team-Szene. Obwohl ich jetzt auch sagen muss, so wichtig müsste ich jetzt einen MJF nicht in dem Tag-Team-Bereich sehen. Dafür ist er im Single-Bereich eigentlich gut genug. Auch was Mikrofon und so weiter angeht, das ist ja eh klar. Sie könnt ihr jetzt eigentlich bei The Miz und John Morrison genauso sehen. Ist auch irgendwie so. The Miz braucht eigentlich keinen Tag-Team-Partner. Auch wenn er das immer gut macht, aber so wirklich nötig ist es nicht. Hier bauen wir also dieses Match dann auf. Ja, einen Sieger zu wählen würde ich jetzt erstmal MJF und Wardlow nehmen. Auch um MJF weiter als diesen Top-Typen aufzubauen. Der halt einfach der krasseste Heal überhaupt ist. Immer mehr Siege einfährt. Und dass du den dann irgendwann nicht mehr aus dem Titelrennen rausnehmen kannst, weil er einfach aufgrund dieser Rankings, die es ja bei All Elite gibt, er hat so viel Siege. Du musst den Titelmanches geben. Das wird dann auf jeden Fall irgendwann spannend. Deswegen glaube ich auch hier kann man damit sehr gut arbeiten. Dann haben wir ein weiteres Tag-Team-Match auf dem Plan und zwar die Private Party gegen Santana und Ortiz. Hier ist es so, dass Matt Hardy ja gerade so ein bisschen cool wird mit der Private Party und deswegen das Ganze hier auch als Manager noch begleiten wird. Hier muss man auch dazu sagen, eigentlich wäre das Private Party mit Matt Hardy gegen Santana, Ortiz und Sammy Guevara gewesen. Denn natürlich haben Matt Hardy und Sammy Guevara gerade was aufgebaut. Da der aber suspendiert wurde, konnten wir das auf jeden Fall jetzt nicht mehr so umsetzen. Deswegen hat man Matt Hardy einfach an die Seite gestellt. Könnte natürlich sein, dass man ihn hier wieder zurückbringt. Denn es gab ja diese Reue, sage ich jetzt mal, von Sammy Guevara. Deswegen könnte man das eigentlich schon bringen. Dann würde man hier dann komplett mit dem Inner Circle auffahren. Weiß ich nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall denke ich mal, dass man hier dann trotzdem mit der Private Hardy gehen wird. Mit der Hardy Party. Ja, einfach weil Matt Hardy halt auch wieder relativ frisch noch dabei ist. Den würde ich gerne noch ein paar mehr Siege geben und sein Gimmick, dass er sogar seine Charaktere während des Matches durchwechselt, ist halt noch geiler. Also von daher gefällt mir das alles sehr gut. Gerne mehr davon. Dann haben wir ein All Elite Women's World Title Match und zwar Hikaru Shida gegen Penelope Ford. Und natürlich ist es hier so, Kip Sabian ist mit am Start. Sabian hat ja sowieso in der letzten Woche von Hikaru Shida nochmal ordentlich einen vor den Turm gekriegt. Und deswegen wird er auf jeden Fall in diesem Match eingreifen. Die Frage natürlich, schaffen sie denn mit Eingriffen Penelope Ford den Titel zu geben? Denn an sich ist die nicht schlecht. Die macht ordentlich coole, innovative Moves. Finde ich also an sich ja sehr, sehr, sehr cool. Aber Hikaru Shida ist noch nicht so lange Champion. Da also den Titel wieder zu wechseln so schnell, würde ich schwierig finden. Obwohl wir halt mit Kip Sabian, der ja eigentlich auch, und jetzt zieht diese ganze Speaking Out Kampagne immer mehr Kreise auch in diesem Bereich. Kip Sabian war eigentlich gerade im Aufbau zu der Tag Team Division zusammen mit Jimmy Havoc. Aber Jimmy Havoc ist ja da jetzt auch aufgefallen, ist also jetzt auch erstmal suspendiert. Und damit ist Kip Sabian wieder alleine. Und deswegen macht es eigentlich Sinn, dass er jetzt seiner Freundin hilft, den Titel zu kriegen. Könnte ich mir also hier gut vorstellen. Es ist zumindest erstmal ein guter Aufbau da. Und warum nicht? Wenn man denn irgendwann im Laufe der Zeit von mir aus auch noch die Tag Team Titel zu Sabian und Havoc wechseln würde. Was natürlich auch krank wäre. Weil die Tag Team Titel zu wechseln ist immer eine schwierige Nummer. Gerade bei den Champions. Dann wäre das auf jeden Fall eine starke Gruppierung. Ich tippe jetzt einfach mal auf Penelope Ford. Warum nicht? Kann man doch mal bringen. Dann haben wir ein TNT Championship Match. Cody gegen Jake Hager. Sehr, sehr nice. Auf jeden Fall schöne Matchpaarung. Vor allen Dingen auch, weil die so viel Story in sich hat, die teilweise schon Monate zurückgeht. Denn Jake Hager, als er bei All Elite angefangen hat, hat seine Fede ja erstmal mit Dustin Rhodes begann. Und dass er also jetzt Jagd auf Cody und den neuen TNT Titel macht, ist ja sogar noch geiler. Weil wir halt damit dann erstmal den Bruder weg hatten. Und jetzt können wir an Cody ran. Auch, dass man das so UFC Style mäßig aufgebaut hat mit einer Pressekonferenz und so weiter. Fand ich auch sehr, sehr cool. Weil gerade bei Jake Hager auch einige MMA Fights gemacht hat und damit auf jeden Fall die Basic da ist. Ja, Cody ist ja gerade eh dabei, in jeder Woche den TNT Titel aufs Spiel zu setzen. Immer wieder Open Challenges zu machen. Und wenn Jake Hager jetzt diese Challenge annimmt, warum denn nicht? Das Ganze ist natürlich jetzt schon keine große Überraschung mehr, weil es halt angekündigt wurde. Aber okay, Cody ist ein Fighting Champion, zeigt er hier auf jeden Fall auch wieder. Den Titel hier wieder wechseln zu lassen, würde ich auch erstmal lassen. Also ich tippe hier auf einen Sieg von Cody, weil er halt mit diesem... Ja, ich verteidige jede Woche den Titel auch gegen Leute, die nicht aus dem All Elite Roster sind. Damit bringst du halt sehr viel Überraschung in so eine Episode. Was du immer bringen kannst, deswegen würde ich da nicht so schnell schon wieder den Titel wechseln lassen. Cody ist da schon ein guter Champion und das sollte hier auch so bleiben. Und dann haben wir in der ersten Nacht das All Elite Tag Team Titelmatch. Kenny Omega und Hangman Adam Page gegen die Best Friends. Und normalerweise würde ich sagen, ja gut, auf der Best Friends Seite wird ja Orange Cassidy am Start sein. Jetzt musst du aber sagen, okay, Orange Cassidy hat ja bei Fighter Fest auch ein Match und zwar gegen Chris Jericho. Allerdings wird das erst in der nächsten Woche sein. Das heißt, theoretisch könnte er hier mit rumwuseln. Ich gehe aber nicht davon aus, dass sie das machen werden. Aber die Möglichkeit besteht, dass er irgendwie hier mit eingreift. Aber ich würde mir eher wünschen, dass wir wirklich mal ein ruhiges, vollkommen krankes, geiles Tag Team Match hier einfach dieser Parteien sehen. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass wir so viele Matches haben und ja nur zwei Stunden Pay-Per-View Zeit. Also ist ja eigentlich kein Pay-Per-View, aber wir haben halt nur zwei Stunden Zeit. Da ist also viel, was wir da in die Zeit quetschen müssen. Und gerade bei diesem Match, Hangman und Kenny, die machen halt immer lange geile Matches. Und da hoffe ich, dass hier dann noch genug Zeit übrig bleibt. Aber hier muss ich mal sagen, Titelwechsel. Ich glaube, hier wird es einen Titelwechsel geben. Denn Kenny Omega und Hangman Page sind zwar beides gute Single-Wrestler, aber so ganz an einem Strang ziehen sie ja nicht so wirklich. Die Best-Friends sind die besten Freunde und sie sind einfach in der letzten Zeit super stark aufgebaut worden. Die haben alles weggehauen, die haben alle möglichen Siege eingefahren. Die sind super gut gewesen, die Matches waren immer top. Da war sehr viel großes Potenzial. Und wie sie selbst schon in der Promo gesagt haben, sie waren, obwohl sie schon so lange im Tag Team sind, noch nie irgendwo Champions. Und das ist eine ziemlich interessante Sache, denn das wäre jetzt eine richtig krasse Nummer. Es wird immer krass, wenn Omega und Page die Titel verlieren. Aber wenn sie die jetzt gegen die Best-Friends verlieren und vielleicht auch, weil Hangman wieder betrunken ist oder sowas, dann eine Fede gegeneinander starten, wäre natürlich immer lecker. Denn Tag-Teams, die keine Tag-Teams sind, weil sie ja Single-Wrestler sind, die halt einfach in den Tag-Team gesteckt wurden, selbst wenn sie dann irgendwann Champions wurden, die kann ich gerne in Fäden stecken. Das ist ja dann keine Tag-Team-Split-Fäden-Storyline, weil sie ja nie ein Tag-Team waren. Sie waren zwar als solches eingesetzt, aber sie sind kein Tag-Team. Deswegen, da habe ich auf jeden Fall irgendwie so Bock drauf, dass man halt sagt, okay, wir nehmen den Titel ab und dann setzen wir die schön in der Fäde gegeneinander, weil das Ding kann richtig lecker werden. Gerade weil wir ja so nach und nach in den nächsten Monaten wieder Fans zulassen werden bei Wrestling-Shows. Der nächste große All-Elite-Paper-View wieder mit Publikum. Kenny Omega gegen Hangman Adam Page. Das wäre schon lecker. Ja, deswegen, ich wäre fast dafür, hier wirklich die Titel wechseln zu lassen. Das auf jeden Fall erstmal zur ersten Nacht. Die zweite Nacht kommt, wie gesagt, nächste Woche. Da werde ich also meine Preview in der nächsten Woche auch zu machen. Aber die Review dazu müsste ja eigentlich am Donnerstag kommen. Da ich ja am Donnerstag immer die Dynamite-Reviews für meine Kanalmitglieder hochlade, habe ich mich aber trotzdem dazu entschlossen, dass ich die Fighter-Fest-Reviews hier öffentlich hochlade. Im Gegenzug müsst ihr natürlich trotzdem alle Kanalmitglieder werden, dass sich das irgendwie auch für mich lohnt. Aber ich werde das Ganze für alle Online-Stellen. Ja, ich glaube, das geht auch. Und dann machen wir weiter mit der NXT-Review und allen anderen Reviews, die dann halt aber exklusiv für die Kanalmitglieder sind. Deswegen vielen, vielen Dank für euren Support an dieser Stelle. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Das war es erstmal für heute. Haut rein, viel Spaß bei Fighter-Fest. Achso, übrigens, ich werde auch noch einen Fighter-Fest-Preview-Stream am Mittwoch machen, wo ich die Matches für Night 1 in 2K19 spielen werde. Gepaart mit wahrscheinlich auch den Matches, die wir bei NXT Great American Bash haben. Und die Leute, die jetzt sagen, warum machst du nur eine Fighter-Fest-Preview und keine für Great American Bash? Fighter-Fest wurde von Anfang an als Pay-Per-View auf zwei Tage am Mittwoch geplant. Der Great American Bash wurde einfach nur mal schnell dahingerotzt, weil All Elite mit Fighter-Fest viel auffährt. Und wir ja nicht den Krieg, den Wednesday Night Raw verlieren wollen, ist ja klar. Deswegen, ja, ist es halt einfach nur so dahingedrückt. Und das finde ich halt schade, wenn sie das von Anfang an schon vor Monaten so geplant hätten. Okay, aber das ist ja einfach nicht der Fall. Von daher, ja, trotzdem in dem Kick-Off-Stream werden wir uns darum trotz allem kümmern. Deswegen kommt gerne vorbei, Mittwoch 20 Uhr gibt es eine Runde Wrestling auf meinem Twitch-Kanal. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht nicht mehr so, haut rein und ciao!